Grüß dich, Servus. Mitarbeitergewinnung. Falls du Softwareentwickler bist oder aus der IT-Branche kommst oder generell im Startup-Modus bist und Unternehmen gründen möchtest oder bereits gegründet hast und dabei bist zu skalieren bzw. einfach Mitarbeiter einstellen zu wollen und hast dann auch häufig nicht die andere Wahl wirklich in Deutschland, also falls du es dir antun möchtest, überhaupt in Deutschland Leute einzustellen, was ja letztendlich mittlerweile schon grundsätzlich irgendwie eine Bürde fast schon ist, mit sämtlichen Schnickschnack und Lohnnebenkosten, was weiß ich alles, kann man sich eigentlich kaum noch leisten heutzutage. Aber wenn du dir das sozusagen antun möchtest, hier mal das eine Warnsignal, das ich dir quasi raushauen möchte, wo wir auch unsere Kunden beraten und unterstützend tätig sind, hier wenn es darum geht zu skalieren und über Mitarbeiter mitunter zu skalieren und du insbesondere im Startup-Modus bist und dir das eigentlich gar nicht anders leisten kannst, hier, sagen wir mal, ungelernte Kräfte einzustellen, die du dann quasi intern aufbauen kannst und das sind halt häufig Kräfte, sowas wie Werkstudenten und dergleichen, Mini-Jobler-Studenten oder schon ausgelernte Studenten, die eben gerade eben am Anfang vom Berufsleben stehen und wir sichten dann letztendlich auch gemeinsam die Kandidaten und helfen da, unterstützen auch unsere und wir stellen auch selber Leute ein. Also das heißt, wir sehen dann immer die Lebensläufe, die teilweise, um es mal milder auszudrücken, nicht aussagekräftig sind von doch sehr ungelernten Kräften. Häufig auch Personen, die sich auf Dinge bewerben, also quasi im IT-Bereich, die in ihrem ganzen Leben noch nie irgendwas mit Software oder IT zu tun hatten. Und das sind dann die sogenannten Quereinsteiger und die sind auch sehr interessant, denn die können unter Umständen, wenn sie sehr lernwillig sind, auch natürlich interessant sein, weil man sie sozusagen erstmal mit dem Minimumgehalt sozusagen einstellt und dann intern aufbaut. Was aber hier das absolute Warnsignal ist und hierfür möchte ich wirklich jedem warnen, der sozusagen sich da befindet und auch so ein bisschen im Mainstream mitschwimmt und in dem ganzen, in der Fachkräfte-Bubble da irgendwie rumschwimmt und so weiter und vielleicht ein bisschen auch sozusagen den Status quo des Unternehmers oder generell hier auch vielleicht ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Was bedeutet das? Diese drei Punkte, die ich hier gerne nennen möchte, ist letztendlich erster Punkt. Vergiss nie, trotz aller modernen Führungsmethoden und was es alles gibt und flache Hierarchien, den Begriff gibt es schon seit 20 Jahren, die Frage ist nur, was bedeutet das? Vergiss nie, du bist am Ende des Tages der Boss. Ja? Du bist der Chef. Wenn du der Inhaber bist oder der Managing Director oder der CEO oder der Geschäftsführer von der GmbH oder was auch immer für eine Firma du hast, Genossenschaft, KG oder was auch immer oder Einzelkämpfer bist, Personengesellschaft, egal was du bist oder AG, du bist der Chef am Ende des Tages. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass du sagst, okay, ja, I'm the Boss, I'm the King oder irgendwas, sondern die Bedeutung dafür ist, dass du letztendlich die Verantwortung hast. Im Umkehrschluss musst du, gerade weil du die Verantwortung hast, auch für die Leute, die du einstellst, gegenüber den Leuten, die bereits von dir abhängig sind oder für dich arbeiten. Das heißt, du hast ja denen gegenüber auch Verantwortung, dass der Laden weiter gut läuft, dass du nicht irgendwie dir eine falsche Person reinholst. Ja? Und so gesehen darfst du niemals vergessen, dass du letztendlich der Boss bist. Und wenn du irgendwelche Zweifel hast an einem neuen Kandidaten, dann im Zweifelsfall lieber gegen den Kandidaten menschlich entscheiden. Ja? Es ist einfach viel zu großes Risiko, dass du dir irgendwie einen faulen Apfel in den Korb legst und dann alle anderen Äpfel darunter leiden müssen. Okay, das Zweite ist wirklich ein fettes Achtung-Achtung-Zeichen, ja, Warnsignal. Wir haben ja unsere Standardprocedures, wo wir quasi Recruiting machen. Das ist mal Telefongespräch, 5 Minuten, dann 15 Minuten Zoom-Call, dann eventuell Zweiter, je nachdem, welche Stelle es ist, dann nochmal Zweiter Zoom-Call. Der geht dann länger und dann vor Ort Schnuppertag und dann Angebot und so weiter und dann Einstellung und dann Probezeit. Und wenn jemand schon im ersten Anruf, also wir haben einen Lebenslauf erhalten, wir rufen ihn an, 5 Minuten, vereinbaren den Zoom-Call. Der Grund, warum wir das nicht nur rein per E-Mail machen, ist, weil wir einfach wissen wollen, wie die Stimme ist, ne? Weil wir machen auch sehr viel mit Telefonakquise und so weiter. Und generell, ja, du kannst schon, selbst ohne Zoom, schon beim Telefonat, insbesondere wenn du halt ein gelernter Telemarketer bist, ja, dann kannst du da sehr viel rauslesen aus der Person, die Dynamik der Stimme, ist sie hektisch, ist sie nervös, ist sie milde, ist sie aggressiv, ist sie leck mich am Arsch oder was auch immer, ja, da kann man schon sehr viel rauslesen, generell die Einstellung. Und wenn du bereits in diesen ersten 5 Minuten, also noch nicht mal den ersten Zoom-Call, das First-Interview, was wir so nennen bei uns standardgemäß, also dieses erste kleine Kennenlerngespräch, noch nicht mal vereinbart, und es wird sozusagen schon das Gehalt oder die Bezahlung, ja, oder der Stundenlohn oder was auch immer, also quasi das Geld in den Vordergrund gestellt und eventuell hier schon quasi eine Diskussion begonnen, ja, auf der Stellenanzeige ist doch überhaupt gar kein Gehalt ausgeschrieben und was ist denn jetzt letztendlich das Gehalt, was ihr zahlt und ich kann mir das, ich kann das jetzt gerade nicht nachvollziehen, wie viel ist es denn und wie viel ist es denn und wie viel ist es denn. Also da ist quasi rein nur das Geld im Vordergrund, es geht also gar nicht darum, ja, sich für dich, dass es sich wirklich für dein Unternehmen interessiert, für das, was dein Produkt, deine Service ist, deine Vision, deine Mission, ja, es geht letztendlich nur Gehalt, Gehalt, Gehalt. Das ist schon mal das erste große Warnsignal, ja, wo du eigentlich fast schon sagen kannst, okay, wenn jemand nur fürs Geld für mich arbeitet, dann muss er schon wirklich im Sales extrem gut sein, aber für alle anderen Positionen wird es schwierig, ja, weil die Person einfach nicht intrinsisch motiviert ist, die braucht einfach gerade nur Geld und das hat letztendlich in der Regel jemand, der nur gerade Geld braucht und unbedingt nötig Geld hat, der hat in der Regel auch nicht wirklich gute Skills oder auch nicht generell andere, das hat seinen Grund, ja, wenn jemand knapp bei Kasse ist oder irgendwelche Geldprobleme hat, also es ist generell schon mal ein, in der Regel nicht zu empfehlende Maßnahme, sich jemanden reinzuholen ins Team, der Geldnöte hat, weil das häufig auch Auswirkungen auf die Stimmungslage hat oder generell negative Auswirkungen hat, generell. Es kann ein sehr starker Motivator sein auch, ja, kommt immer individuell auf die Situation drauf an, aber wenn jemand selbst, wenn jemand Geldnöte hat und ich war ja auch mal, umsprünglich war ja auch mal verschuldet und alles mögliche und ich stand auch mal finanziell mit dem Rücken zu wahren, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, aber dann habe ich auch letztendlich nicht quasi die ersten fünf Minuten mit dem Geschäftsführer damit verbracht, ja, im ersten Telefoninterview, ja, hier übers Geld rumzulabern die ganze Zeit, ja, sondern es ging erst einmal darum, es geht erst einmal darum, dass ich mich überhaupt für den Arbeitgeber interessant mache, ja, dass ich überhaupt mal die Gelegenheit bekomme, die First Interview überhaupt mal Gesicht face to face, den Unternehmer, den Geschäft überhaupt mal kennenlernen zu dürfen, ja, ja, und da fange ich hier keine Diskussion über das Gehalt an, ja, sorry. Also, das ist schon mal ein ganz großes Warnsignal, ja. So, und der Dritte ist, dass, ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in deiner Stellenanzeige im Remote oder Hybrid oder irgendwas, oder, sagen wir mal, zwei, also wir haben normalerweise keine Stellenanzeige, wir können es auch nicht raten, wo du mehr wie zwei, maximal drei Tage pro Woche Homeoffice anbietest, also Homeoffice hat auch wieder zusätzliche Probleme und so weiter und so weiter. Wenn sich jetzt jemand da auf deine Stelle bewirbt, der quasi nicht mal im Einzugsgebiet deines Offices ist, also quasi drei, vier, fünfhundert Kilometer weit weg oder tausend Kilometer weit weg oder sowas, also wir haben Leute, die bewerben sich auf eine Stelle in München, ja, die wohnen irgendwo bei Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf, Dortmund, was weiß ich, teilweise in Portugal oder irgendwo, ja. Und dann sagst du, okay, ja, ziehst du jetzt demnächst nach München oder bist du schon hier oder suchst du in der Wohnung oder irgendwas? Nee, ich dachte, wir könnten ein Homeoffice machen, ja. Ist eigentlich schon wieder ein Knockout-Kriterium. Wie gesagt, Ausnahmen bestehen in den Regeln immer, aber wenn jemand nicht richtig vernünftig die Stellenanzeige lesen kann und dann nicht versteht, dass das kein reiner Homeoffice-Job ist und sich dann trotzdem bewirbt und davon ausgeht oder suggeriert, ja, passt schon, ne, also ich sitze hier irgendwo in Hinterdupfingen und so weiter und so weiter. Es ist letztendlich schon das dritte Ausschuss-Kriterium. Okay, das waren auf jeden Fall diese zwei Dinge, wo wir nach ungefähr 500 Lebensläufen, die wir quasi durchgeforstet haben in den letzten sechs Monaten mit unseren Kunden zusammen und auch viele, viele Gespräche geführt und bei einigen war ich auch selber damit dabei. Es war wirklich anstrengend, weil wir einige Teams versucht haben zu skalieren letztes Jahr, 2023, von daher international und national, also quasi auf Englisch und in Deutsch und das sind schon mal drei, wirklich drei fast schon wirklich große gelb-rote Ampel, ja, wo du, sagen wir mal, schon sehr vorsichtig sein solltest. Und es gibt letztendlich kein großes Problem, dass du dir quasi einfangen kannst, als wie falsche Leute einstellen. Also es gibt wirklich kein großes Problem. Also alles andere kann man relativ einfach richten, ja, IT, Tools, keine Ahnung, Kunde springt ab, Kunde ist unzufrieden, das kann man alles irgendwie relativ schnell wieder ummodeln, ja, oder sogar buchhalterische Sachen, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, das kann man alles wieder schnell relativ glatt bügeln, ist eigentlich alles halb so schlimm. Aber was wirklich böse ist, wenn du die falschen Leute hast und du es am Ende vielleicht auch viel zu spät merkst, ja, die quasi dieser eine faule Apfel, der den ganzen Korb irgendwie versaut, hat schon so einige Firmen, also komplett zerpreselt eigentlich, ja, die gar nicht wussten, okay, warum läuft hier alles schief, ja, und da saßen halt irgendwie die falschen Typen und man hat das gar nicht mitbekommen, weil du als Geschäftsführer vielleicht im Skalierungsmodus bist, im Startup-Modus und eigentlich überhaupt gar keine Zeit hast, dann ständig da zu überwachen und was passiert da ganz genau im Detail dann, wenn du da unterschiedliche Leute schon hast, sagen wir mal Teams in unterschiedlichen Büros sitzen hast und so weiter und so weiter, ja. Und von daher diese drei Dinger, wenn die dir irgendwie weitergeholfen haben oder, sagen wir mal, auch Anregungen dazu, du persönlich noch hast, dann schreib mir die bitte in die Kommentare, würde mich echt wirklich interessieren. Denn Mitarbeitergewinnung, insbesondere in Deutschland, also hat sich mittlerweile, ich glaube ich, zum absoluten Hyperskill entwickelt. Also, wenn du hier vernünftige Leute noch finden möchtest, die zum vernünftigen Preis, Leistung, wenn das stimmen soll und dann auch noch charakterlich, persönlich auch noch die richtigen Leute, ja, also nicht nur Preis, Leistung, sondern auch noch Leute, mit denen du auch gerne arbeitest und dann auch noch Leute, die dann auch nicht sofort wieder abspringen, also dann diese Hüpferlinge da, ja, die irgendwie sich dann bei dir schnell sechs Monate lang was abgucken und dann sich das nächste Coaching reinziehen von XY und dann sofort ihr eigenes Ding machen wollen wieder. Also, Langfristigkeit, ne, dass es quasi langfristiges Investment ist und keine kurzfristige Spekulation, ja, also so mal eben kurz Daytrading oder sowas, ja, so ein Depot, das sich quasi hochskaliert und Zinsen dann auch irgendwann abwirft, weil am Anfang musst du immer irgendwie reinstecken und ausbilden und so weiter in der Regel. Also, wenn du das haben willst, dann ist es schon wirklich, wirklich schwierig, weil der Invest und auch der Vorschuss, den du als Unternehmer in Deutschland mittlerweile leisten, musst, aufgrund der Lohnnebenkosten, der Mindestlöhne und alles Mögliche. Ich meine, hol dir mal Vollzeit irgendwie in Stunden, in Werkstudenten, Vollzeit für nur einen Monat, ja, sagen wir mal in den Sommerferien oder sowas und der eigentlich nichts kann, dem du aber trotzdem irgendwie 13 Euro zahlen musst, ja, dann bist du schon mal bei, mit Nebenkosten und Rente und was weiß ich, was da noch anfällt, ja, irgendwie bei zweieinhalbtausend Euro, ja. Also, das ist in manchen anderen Ländern, die an Dach angrenzen, ja, dann kriegst du dafür eine Vollzeitkraft, die mit zehn Jahren Berufserfahrung, ja. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum schon seit langem, ja, alle großen Konzerne ständig auslagern, ständig auslagern, 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 ja, und stellen hier, wie sie alle heißen, ja, abbauen, beziehungsweise keine neuen Leute mehr einstellen, ja. Ich nenne jetzt ja keine Namen diesbezüglich, kannst du ja gerne mal selber googeln oder die Nachrichten schauen. Und das ist natürlich einer der vielen Gründe, aber vielleicht, dass da doch irgendwie, also wir versuchen es doch immer wieder, dass wir auch schauen, dass wir Glück haben und einen coolen Mitarbeiter finden, der mit uns eben hier in München skaliert oder jeweils halt bei unseren Kunden, wo auch immer die sind. Wir haben ja Kunden auch in Berlin und Nähe Freiburg und andere Städte. Und, ja, dann bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und hau mir deine Meinung da mal rein. Das würde mich wirklich interessieren, welche Erfahrungen du mit Mitarbeitergewinnung hast. Hast du schon mal Mitarbeiter eingestellt? Hast du schon mal welche interviewt, ja? Gib mir da mal richtig mal Saures oder habe ich jetzt hier einfach nur lauter Mist erzählt? Kannst du mir auch gerne unten reinschreiben. Ja, ich weiß natürlich, dass ich keinen Mist erzählt habe, aber, ja, also es gibt ja auch Kritiker. Also gerne auch einen Kommentar reinlassen. Also bin dir echt dankbar, wenn du mir mal dein Feedback gibst. Ansonsten kannst du dir auch gerne bei uns einen Termin buchen. Da können wir mal ganz vertraulich auch mal für eine halbe Stunde quatschen, ja, über Teams. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite hoffentlich. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.